Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 6. Oktober. Verdacht auf erweiterten Suizid nach Tod von Vater und Sohn in Ahrheigen, Warnstreik bei Akasol in Darmstadt und drei Verletzte nach Unfall bei Hüst im Odenwald. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Tag nach der schrecklichen Tat im Darmstädter Stadtteil Ahrheigen sind die genauen Hintergründe weiterhin unklar. Die Ehefrau und Mutter, die beschuldigt wird, am Mittwochmorgen in ihrem Haus in Ahrheigen ihren Mann und ihren 10-jährigen Sohn getötet und ihren 9-jährigen Sohn verletzt zu haben, ist selbst schwer verletzt und liegt im künstlichen Koma. Das teilte Oberstaatsanwalt und Behördensprecher Robert Hartmann gestern mit. Nach aktueller Lage sei es fraglich, ob die Frau überlebt. Der verletzte 9-jährige Junge schwebe nicht in Lebensgefahr. Laut Oberstaatsanwalt besteht der Verdacht auf einen erweiterten Suizid. Es sei ein Abschiedsbrief gefunden worden. Die Polizei bestätigte gestern, dass die 42-Jährige eine ehemalige Polizistin ist. Sie sei seit Februar 2015 nicht mehr im Dienst und zwar aufgrund körperlicher Einschränkungen. Dies habe jedoch keinen direkten Bezug zur Tat, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Obduktionsergebnisse von Vater und Sohn werden für den heutigen Freitag erwartet. Zum genauen Tathergang wollten sich der Oberstaatsanwalt und die Polizei auch gestern nicht äußern. Warnstreik bei Akasol in Darmstadt Über 100 Beschäftigte des Hochleistungsbatterieherstellers Borgwarner Akasol GmbH traten erneut in einen einstündigen Warnstreik und forderten einen branchenüblichen Flächentarifvertrag. Bisher gibt es im Unternehmen keinen Tarifvertrag, wobei die Bezahlung 20% unter dem Branchendurchschnitt liegt und Mitarbeiter 40 Stunden wöchentlich arbeiten. Der Flächentarifvertrag verspreche nicht nur mehr Geld, sondern regele auch wichtige Kriterien wie Sicherheit und Gesundheit. Trotz bisheriger Warnstreiks und Verhandlungen gab es keine Einigung mit der Geschäftsführung. Die IG Metall kritisiert die Verzögerungstaktik des Arbeitgebers und fordert bessere Arbeitsbedingungen. Mitarbeiter betonen die Notwendigkeit des Tarifvertrags und rufen, Tarif für alle, sonst gibt's Krawalle. Wir schauen in den Odenwald. Klopapier, Wurst und Käse fliegen durch die Luft direkt vor die Haustür, so die Vision. In ländlichen Gebieten sollen künftig kommerzielle Drohnen Supermarkteinkäufe zu den Kunden bringen. Die Frankfurt University of Applied Sciences, der Drohnenhersteller Wingcopter, der Telekommunikationskonzern Vodafone haben am Donnerstag in Michelstadt im Odenwald ein Pilotprojekt für den Einsatz der unbemannten Fluggeräte vorgestellt. Es heißt Drohnenlastenrad-Expressbelieferung und soll in Zukunft schnell und emissionsfrei Waren zum Endverbraucher bringen. Bei dem vom Bundesverkehrsministerium mit 430.000 Euro unterstützten Projekt soll der Warentransport per E-Lastenrad mit dem Drohnentransport kombiniert werden. Man fahre die im Internet bestellten Waren mit einem Lastenrad an den Stadtrand, fliege sie dann an den Rand eines Ortsteils und fahre sie mit einem weiteren Lastenrad zum Endverbraucher, sagte Wingcopter-Geschäftsführer Tom Plümmer. Die Drohne könne maximal 4,5 Kilogramm Last tragen. Das Pilotprojekt mit drei Stadtteilen von Michelstadt soll noch bis 20. Dezember laufen. Die SPD in Alsbach-Hähnlein sprach sich in der letzten Parlamentssitzung für eine Beendigung der Planungen für Neubaugebiete in der Region aus. Darunter fallen die Vorhaben um den Frankfurter Bogen sowie das Gebiet am Hinkelstein in Alsbach. Grund dafür seien fehlende Förderprogramme und zu hohe Kosten. Laufende Bauvorhaben sollten zunächst abgeschlossen sein, bevor neue geplant werden. Die CDU sprach sich gegen einen Planungsstopp aus und verweist auf fehlenden Wohnraum in der Region. Durch ein Befürworten des Antrags seien in den nächsten zehn Jahren keine neuen Bauvorhaben in der Region möglich, abgesehen von der Spießgasse in Hähnlein, so Bürgermeister Sebastian Bubenzer von der CDU. Mit elf zu zehn Stimmen setzte sich der Antrag der SPD mit den IUHAS gegen die CDU und die Freien Wähler durch. Ein schwerer Unfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstagabend auf der B-426 bei Höchstaufhöhe des Ortsteils Dusenbach ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 18.45 Uhr zwei Autos auf der Bundesstraße. Ein 71-Jähriger musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Seine 73 Jahre alte Beifahrerin und die 44-Jährige, die das andere beteiligte Auto steuerte, wurden ebenfalls verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Unfall durch eine Unachtsamkeit beim Wenden zustande. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass bei einem der Autos ein sogenannter I-Corps, also ein elektronisches Warnsystem, durch den Unfall ausgelöst wurde. Dadurch wurden Feuerwehr und Rettungsdienst schnellstmöglich alarmiert. Die Straße war während der Bergung der zerstörten Fahrzeuge zwischen Höchst und Bräuberg für zwei Stunden voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf im-show-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de D Golden State University Untertitelung des ZDF, 2020